Der offizielle YouTube-Kanal des FC Hansa Rostock. Von Fans, für Fans. Unser neuer Hauptsponsor hat sich gesagt, ist ja cooles Wetter, ist Kindertag. Und was essen die Kinder? Am liebsten Eis. Und deswegen hat er gesagt, ich hoffe, wir werden jetzt nicht arm, alle Kinder, die wollen, die jetzt mit mir mitkommen, kriegen Freieis. Ist das was? Das heißt also, schnappt euch eure Eltern. Die Kinder, die Größe werden wir dann variabel auslegen, aber bis zu dieser Größe geht schon. Alle mit mir mitkommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017